Musik Hi, herzlich willkommen zurück bei AzubiTV. Ich bin Nicole und ich werde euch heute erklären, wie ihr kontaktloses Zahlen auf eurem Android-Handy einrichtet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Schritt 1. Ihr installiert unsere App. Bei Google Play könnt ihr euch die App ganz einfach runterladen. Als zweiter Schritt Anmeldung mit Online-Banking-Zugangsdaten. In der App könnt ihr euch ganz wie gewohnt mit euren Zugangsdaten anmelden. Schritt 3. Karte auswählen. Ihr könnt euch ganz beliebig aussuchen, mit welcher Karte ihr kontaktlos zahlen möchtet. Schritt 4. Eure Auswahl bestätigen. Einfach mit einer Tarn bestätigen. Und schon seid ihr fertig. Schon ist euer Smartphone fertig eingerichtet und ihr könnt damit kontaktlos zahlen. Haltet einfach das Smartphone ans Terminal und per Vibration wisst ihr, dass eure Zahlung bestätigt wurde. Jede Zahlung unabhängig von der Beitragshöhe wird mit der im Smartphone hinterlegten Entsperrfunktion freigegeben. Die Übertragung ist genauso sicher wie bei einer Kartenzahlung. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, denn eure persönlichen Daten werden dabei nicht übertragen. Die Sicherheitsstufe bei mobilen Zahlen könnt ihr euch beliebig aussuchen. Jetzt könnt ihr mit eurem Smartphone 100.000 Terminals in Deutschland oder sogar weltweit bezahlen. Es ist einfach, sicher und schnell. Ihr braucht dabei nur das Handy und euer Portemonnaie müsst ihr nicht mehr mit rumschleppen. Jetzt unsere App mobiles Zahlen im Play Store runterladen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, dass ihr das mobile Zahlen ganz einfach einrichten konntet. Falls ihr aber ein iPhone besitzt und es dort einrichten möchtet, ich verlinke euch ein Video, in dem Brief es euch erklärt. Ganz viel Spaß beim Zusehen. Vielen Dank.